Hallo Leute, willkommen auf Sky Island. In diesem Part werden wir Wafi treffen. Yeah! Und... Ach scheiße. Ich habe ein bisschen einen Probelauf gemacht, um zu sehen, ob ich das jetzt... nicht schaffe. Okay, komm nochmal. Ich hab doch... Bei Probelauf bin ich doch bis zum Ende gekommen. Jetzt, komm. Komm. Ich weiß gar nicht, was mein Problem ist. Ich weiß es echt nicht. So. 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 So und so. Äh. Okay, hier müssen wir... Schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay, so. Ach du Kacke. So. Ja, wir haben es geschafft. Puh, 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 puh. Ich hab's geschafft. Du scheiß Lakitu, du... Ach du. Verdammt. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Das bin ich nicht, ich bin mir da. Und so jetzt. Okay. Okay, komm. Schwimmst du? Bestimmt sind es nur in zwei Minuten vergangen und ich bin immer noch hier drin. Oh, scheiße. Ich bin so dämlich auch noch. Wieso mache ich noch so komische Sprünge? Wie der hier gerade. So und so. So. Und schwimm, 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 schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Oh. Wird's mich vor... Boah. Da, 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 da. Ja, leckt mich Game Over. Boah, scheiß Lakito. Wie sollen sie am Ende des Levels noch so einen scheiß Lakito hingestellt machen? Wenn der nicht wäre. Wenn der nicht wäre. Okay, das bringt mir nichts, diese Orgelspielerei und diese Sternen brauche ich sowieso nicht. Das bringt mir sowieso nicht, weil hier kein Gegner ist. Außer dieser scheiß Lakito. Und wenn ich dir wieder fehle, werde ich das rausschneiden einfach. Also. Ach du Kacke. Ach du heilige Kacke. Ach du heilige, heilige Kacke. Okay, komm. Ey, wenn das jetzt nochmal passiert, dann ticke ich aus. Wieso, wieso habe ich das nicht gleich am Anfang gemacht? Wieso nicht? Oh, ich habe so reingekackt. So richtig reingekackt. Egal, ihr hattet euren Spaß bestimmt. Und was kommt jetzt? Bestimmt mal irgendwas mit Wolken. Ähm, kleine Goombas, okay. Ein Pilzi. Ähm, ich nehme glaube ich mal einen von diesen Kuppen. Was zur Hölle? Oh, komm. Ach komm, in diesem Part will ich das hier schaffen. Komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Okay. Okay. Mit Super Mario Advance 2 habe ich nie so viele Probleme gehabt. Aber das kenne ich ja. Das ist ja alles blind. Das war nicht. Ach komm. Just what I needed, eh? Ich gebe mich gleich geschlagen, weil ich keinen Sinn in diesem Level sehe. So, ich bin den Pilz. Ich habe den Pilz wieder verloren. Ach du heilige Kacke. Was ist das zum Teufel? Was ist das? Ey, ich will jetzt nicht ganz so drum filmen hier, okay, Leute? Ähm. 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 Mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt jetzt die Worte. Ich weiß nicht. Okay, komm. Ich habe eine Idee. Ich habe eine geile Idee. Wozu habe ich denn einen Stern? Wenn ich den nicht mal einsetze. So. Komm. Den werde ich jetzt mal einsetzen. Ähm. 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 Wie kann das durch... Wie kann das durch Blöcke gehen? Ich verstehe die Logik, Nick. Ich verstehe es nicht. Wie kann diese Feuerbälle durch Holz gehen? Okay, das kann Holz brennen, aber... Wie kann das durch... Egal. Egal. Ja, Halsmau, ich nehme das hier. Ja. Ich bin ein... Ich bin jetzt ein Otter. Oder ein Stabeltier. Ja, wieder ein Stabeltier. Und... Ja, komm. Bitte, bitte. Noch einmal, bitte. Yeah, zwei Leben dazu. Bravo, danke schön, Mario. Danke schön. Wir sehen uns später. Ähm, nein, ähm... Weiter geht's. Mit... Klein Mario und ein Squawling-Level. Nein. Was seid ihr denn? Irgendwie sehen die aus wie kleine Bonschen, die rumfliegen. Was soll? Ich kann auf dich schweben? Okay, wieso sagt das mir keiner? Wieso gehst du doch ganz da hinten? Verdammte Kacke. Ach, komm, Jels. Komm. Warte, kann ich auf den schweben? Ja, aber da nehmen sie mich irgendwo mit. Und nicht in einen guten Ort. Und... Boah, das wird so eine Kacke werden. Ich mach mal so. Ich mach mal so. Sehen wir uns... Sehen wir uns mal dieses Level an. Irgendwas sagt mir, dass er irgendwas auf mich wartet. Wie das hier zum Beispiel. Das war irgendwie klar, dass da irgendwas sein musste. Sah aber verdächtig aus. Ich versuche das Crawling Level. Wir wollen hier nach Alphabetisch gehen. Aber wie? Ich frage mich echt, wie Final Missionator das ausgehalten hat. Komm. Und ich habe noch sehr viel... Ich habe noch insgesamt vier Welten vor mir. Okay, okay, Mavi, du kannst mich so doll am Arsch decken, du weißt es nicht. Ja, das war's mit den Fliegen. Hm, ja, okay, okay, nochmal. Und ihr müsst, Leute, ihr müsst das bedenken, ich spiele nicht mit einem Joypad. Also, ich spiele ganz alles mit Tastatur, deswegen verurteilt mich nicht. Ach, ich spiele mit Tastatur, deswegen ist es viel, viel schwieriger, das zu kontrollieren. Komm, letzter Versuch. Ich will noch diesen Part noch zu Ende bringen mit diesem Level. Komm. Komm. leck mich am sack du kleiner sparst ich bring dich gleich um ja game over das habe ich schon so oft gesehen hals maul, hals maul, hals maul, hals maul Ich hoffe, so ein Was soll ich mit einem Teddybären Der kann angreifen, und Ach komm, nochmal Ich hab sowieso nichts zu verlieren Außer meine Ehre Aber die ist schon längst im Keller So Okay, ich sag's mal Ach, ich sag mal so Ich werd das jetzt schneiden, weil ich hab kein Mir fehlen jetzt echt die Nerven Also wir sehen uns gleich wieder Okay, es geht weiter Ich nehm das gerade zum Sechsten, fünften Mal auf, weil Ich mich nicht einfach Wieso hab ich das nicht gleich gewusst Du scheiß Bastard Geh weg Ach, wieso hab ich das nicht Oh nein Ja, geschafft noch Huch Boah, meine Nerven Meine Nerven, meine Nerven Ach, scheiße Egal, diesen Part will ich das noch schaffen Oh, ein Pilz Okay, da kommt mir gelegend Der Teddybären kann ich noch später benutzen So, meiner Und weiter geht's Hier In diesem Level Der komisch ist Ähm Ähm So Okay, komm Okay, so Kleine Goombas getötet Sehr gut Kann man da rein? Komm, Teddybär Teddybär Action Yeah Mario als Teddybär Yeah Egal, ich mach jetzt ein auf kleinen Butter Ey, kleiner Butter Ähm, ja Okay, zieh jetzt einfach mal durch Okay Du kleiner Spasti Okay Ja, okay Das ging ja schnell Ich glaube, ich scheiß drauf Einfach Langsam zu machen Ich zieh's einfach durch Ähm Schlaf Okay, die Burg Ähm Ja Was zur Hölle ist das denn? Ist alles verkehrt rum Was zur Hölle war das denn? Ey, willst du mich verarschen? Ja, komm Oh Ich werde solche Depressionen Und das wird mich krank machen Wie Luzo sagen würde Das Spiel macht mich krank, Leute Komm, weiter Ach komm, ich muss diesen Buster töten Also Ich meine Dieses Schloss hier Töten Ähm Besiegen Äh, nicht das Schloss Diesen Schloss Dann hier besiegen Okay, jetzt so Okay Okay, das Okay Wieso Oh Ja, leck mich Leck mich Leck mich Am Sack Du kannst mich mal mit deiner komischen Scheiße hier Wie oft hab ich schon gefailt? Das ist echt nicht gut Das ist echt Nicht gut Ja Dankeschön Ja, dankeschön Jetzt lass mich in Ruhe So, 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 so Ich will jetzt noch ein Item haben Ich nehme das letzte Mal Okay, dankeschön In diesem Part will ich noch diesen Bastardschriften Ähm Schaffen Und danach will ich mit dem neuen Projekt anfangen Das noch gleich starten wird Oder muss ich Donkey Kong Ich bin der dämlichste Spieler Den ich Ich bin echt der dämlichste Spieler Och Wieso kann ich das nie bei Wie bei Super Mario Advance 2 machen? Wo die Items Ähm Oben sind Also Oben bei der Liste sind Und die man dann aussuchen kann Okay, komm mal Komm nochmal Ich stelle mich auch noch so blöde an Aber was erwartet ihr? Das ist alles blind Ich kann einfach nichts Ich hasse diese verfickte Steuerung Komm Ich hoffe, dass nur einer Ja Ja, das war mal Das war Das war meine Rache Das war Gefälle von Kaushian Ja Jetzt rein So 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 Okay, geschafft So Hier ist doch bestimmt was Ja, ich weiß Geahnt habe Ein Geist Wieso kann es nicht in meine Richtung laufen? Sag mal Wieso nicht? Ähm Okay Okay, wartet Okay, es geht weiter So So zweimal Dreimal, ja Oh, geschafft Boah Ich habe noch ein Safestate gemacht Um ganz sicher zu sein Dass ich es nicht nochmal machen muss Ja, ich muss mal Ich mache mir Safestate Ihr könnt mich mal Wie die Leute, die sagen Oh, du bist schlecht Und so Ja, wie die Leute Puh auf euer Gesicht Puh Einfach Puh Sag ich mal So Und so Und so Ey, das passt doch Ey, das sieht doch synchron aus Ey Level 8 Okay, komm Ähm Kein Kommentar Kein Kommentar Das ist gespeichert Ihr könnt mich mal Das ist toll Ja In diesen 21 Minuten Und dann habe ich so viel Scheiße gebaut Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht Ich hole mir das hier Das ist doch klar Das ist doch bumm, bumm, bumm Das ist doch klar Das ist doch bumm, bumm, bumm Und so So Und so Und so Und danach kommt noch Bowsers Schiff Wieso müssen jetzt ausgerechnet Lakitos sein Okay Das ist so eine Scheiße Ich habe so langsam keinen Bock mehr auf dieses Spiel Wegen so einem Bock Mist Wegen so einem Bock Hat mich die Wolke gerade runtergeschubst Also Gehen Ey, das ist Ich hasse Ich hasse solche Level Warte, was kommt als nächstes? Eislevel oder nicht? Oh, scheiße Eislevel auch noch Okay, komm Komm Keine Keine Wiederrede Ich mache das jetzt einfach zu Ende Hier Dieses Projekt Ich habe sowieso schon insgesamt Acht Parts aufgenommen Von diesem Projekt Ey, das ist doch so unfair Was ist das für ein Ego-Shooter, Spasti Ach, du heilige Kacke Ich fehle hier nur um Okay Okay, so So Ey Bitte, bitte Kein Lakito Kein Lakito Kein Lakito Boah, meine Nerven sind Im Keller Boah Boah, komm Let's go Und was kommt jetzt? Was zur So 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 Habe ich da nicht irgendwo An roten Kuppern gesehen Oder habe ich mich erst mal noch eingebildet? So So Ähm Du dreckiger Hund Dich Dich hasse ich am meisten Von allen Ja Wegen so einer Scheiße Nur wegen so einer Scheiße Hasst man dich Deswegen verachtet man dich Wieso kannst du einfach nicht korrekt sein Und einfach Okay, da war der rote Koffer Okay Und so Und so Für euch ist es bestimmt so richtig langweilig So 21 oder 25 Minuten lang zuzugucken Wie ich dieses Level hier versuche zu schaffen Aber so ist es halt Ich spiele es blind Deswegen kann man das nicht erwarten Dass ich jetzt irgendwie perfekt alles schaffe Wenn ich es nicht blind spielen würde Boah Ey Wäre das wie bei Super Mario Advance 2 Wo ich so meisterhaft rum Ähm Rums Ähm Rums Alles schaffe Also Alles Grandios schaffe Okay Okay Mir fehlen die Worte Mir fehlen echt die Worte Das ist so eine Kacke So eine verdammte Das ist so eine Dreckscheiße Nach diesem Part brauche ich eine Pause Von diesem Spiel Komm Ja 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 Halt die Fresse Komm Und für die Leute die denken das ist leicht Spiel das selbst Mit Tastatur Dann werdet ihr sehen wie schwer das ist Ja mit Tastatur Nicht mit Joypad oder so Mit Tastatur Ich könnte mir eigentlich ein Joypad locker holen aber Ich weiß nicht Da muss ich mich neu gewöhnen und alles Und Ein bisschen Nerven auftreibend Und ein bisschen Ein bisschen stressig für mich Okay wir sehen uns gleich wieder Okay es geht Okay so Verdammte Kacke nochmal Boah ich muss das bis zur Hälfte machen Das ging einfach nicht mehr Meine Nerven Meine Nerven Ich brauche dringend eine Pause Ich brauche dringend eine Pause von diesem Spiel Also von diesem Level Ich hoffe die anderen Level sind nicht so behindert Blume Okay geht ja noch Kann es sein dass das Video irgendwie 30 Minuten Nein 25 Minuten ist das oder Ich weiß es nicht Egal Ihr habt aber viel zu sehen Also auch noch viel zu fehlen Von mir Okay Irgendwie noch geschafft Ach was soll ich mit diesem Musikinstrument Blume brauche ich eher Und rein mit uns Und was bist du Ein Habitag Oh wie furchtbar Der König wurde verzaubert Bitte finde den Zauberstab Um ihn zurück zu verwandeln Ja das ist klar Jetzt müssen wir wieder auf das komische Schiff Ach Das ist die fünfte Welt auch noch Ich habe noch drei Welten vor mir Mit Super Mario Advance 2 bin ich auch noch bald fertig Da kommt Super Mario Advance 3 Ja Ihr habt genau Ihr habt es genau richtig gesehen Ich bin genau in das Perfekte Feuer reingelaufen So What the fuck Dazu passt so echt Die Bezeichnung What the fuck Wollen die mich hier verarschen Okay Ich habe irgendwie mit meiner Po-Backen Das verhindert Gute Po-Backen Habt ihr hier wohl Okay Komm rein mit uns So Willst du mich verarschen Du kleiner Spasti Ey das bringt Das macht mich so wütend Ich schwöre auf alle Das macht mich Okay Ey ich halte mich ganz und noch zurück Das ist noch nichts wenn ich ausraste Das ist noch ganz und gar nichts Wenn ich mal einmal austicke Boah Dann geht Dann seht ihr mich ganz anders Ganz ganz anders Da hört ihr die schlimmsten Beleidigen die ihr noch nie Die ihr euch vorstellen könnt Ach komm So 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 Okay Okay Ja ich habe schon reingekackt Verdammte Kacke nochmal Okay Sehen wir uns gleich wieder Okay weiter geht's Habe ein Safe Set gesetzt Und So Wieso habe ich das nicht beim ersten Mal geschafft Wieso habe ich das nicht gleich Ach So eine Scheiße Egal 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 Ich brauche jetzt eine Pause Ich brauche eine verdammte Pause davon Ach Den Döner Späser haben wir eigentlich gerettet Und der König sieht aus wie Dumbledore Oh Großartig Fantastisch Ich habe meinen Geilten gestellt zurück Tausend Dank Hier ist ein Brief Von der Prinzessin Oh Dankeschön Ja Todd Hör auf Hör auf Sei gegrüßt Vorsicht in der Eiswelt Bei Wärmeerwachen im Eis Gefangene Kreaturen zum Leben Anbei ein Geschenk Das dir helfen wird Prinzessin Toddstoll Was soll denn eigentlich diese verfickte Wolke Welt 5 komplett Ja Speichern Komm Meine Ohren tun schon weh Ach du Scheiße Wir sehen uns das nächste Mal Tschüss